Wir sind endlich nach Bartela zurückgekehrt. Wir und alle Familien, die in Kurdistan oder im Irak gelebt haben, wollten schnell zurück. Und zwar aus vielerlei Gründen. Erstens, sie ist unsere Stadt. Wir wollen hier bleiben. Nachdem wir die Stadt verlassen hatten, ist der IS gekommen und hat hier gelebt. Wir mussten zurückkehren, weil das unsere Stadt ist. Unser Leben und unsere Geschichte gehören hierher. Zweitens, die Wirtschaft in Kurdistan ist zur Zeit ziemlich schlecht. Die Preise für die Mieten und für das Essen sind sehr hoch. Ich bitte alle Menschen aus Bartela zurückzukehren. Hier haben wir Strom und Wasser. Die Kirche steht uns bei. Ich bitte alle Familien aus Bartela zurückzukehren. Die Kirche steht uns bei der Kirche in der Kirche. Vielen Dank.